2017 ist es gelungen, im Rahmen einer Initiative aus der Martin-Buber-Gesellschaft, das in den 1920er Jahren errichtete Gustav-Landauer-Denkmal auf dem Waldfriedhof in München wieder zu errichten. Nach der Ermordung Landauers haben sich Freunde relativ schnell zusammengefunden, Martin Buber, Luise Dumont vom Düsseldorfer Schauspielhaus, Margarete Sussmann, um einerseits zu überlegen, wie man eine würdige Grabstelle für Landauer schaffen kann und zum Zweiten, wie man ihm auch ein Denkmal errichten kann. 1923 ist dann eine Grabstelle auf diesem Waldfriedhof in München auch eröffnet worden und zwei Jahre später konnte dann auch ein Gustav-Landauer-Denkmal auf diesem Waldfriedhof errichtet werden. Die Nationalsozialisten haben 1933 diese Denkmäle, auch das Gustav-Landauer-Denkmal, zerstört, haben die Überreste, die kremierten Überreste in einem Leichensack der jüdischen Gemeinde München zukommen lassen, die dann auch für die Kosten des Transports aufkommen mussten. Und erst nach dem Zweiten Weltkrieg ist es gelungen und deshalb haben wir in München zwei große Erinnerungsorte für Gustav-Landauer inzwischen. Auf dem israelitischen Friedhof eine gemeinsame Grabstelle für Gustav-Landauer und Kurt Eisner zu errichten, die man heute noch besichtigen kann und seit 2017 eben das wiedererrichtete Gustav-Landauer-Denkmal auf dem Waldfriedhof in München. Gedenkorte sind ja grundsätzlich immer Möglichkeiten, um an verstorbene oder ermordete Personen zu erinnern. Und für mich ist es besonders wichtig, dass jetzt auch wieder ein eigenes Denkmal für Gustav-Landauer besucht werden kann, besichtigt werden kann, weil es doch an einen der bedeutendsten deutschsprachigen Libertären erinnert, die wir bis heute haben. Vor allen Dingen für eine Person, für den ethisches Denken und Handeln im Mittelpunkt stand, für eine Person, die beispielsweise im Rahmen seiner Kriegsgegnerschaft, seines antimilitaristischen Engagements aufzeigt, dass man auch seine Haltung bewahren kann, auch wenn der Wind um einen bläst. Das hat er ja gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin, der Lyrikerin und Übersetzerin Hedwig Lachmann 1914 gezeigt, als selbst in seinem engsten Freundes- und Bekanntenkreis viele eine, zumindest am Anfang, eine Pro-Kriegshaltung einnahmen. Und zum anderen wichtig für Landauer, der aufzeigt die Notwendigkeit und die Mittel auch, die man aufbringen muss, um eine herrschaftsfreie Gesellschaft von gleichen und freien Menschen aufzubauen, eine Gesellschaft, wie Adorno sagt, wo man auch ohne Angst verschieden sein kann. Das ist ganz zentral. Das findet sich in zahlreichen Schriften Landauers, vor allen Dingen auch in seinem lebenslangen Engagement, der ja auch an der Revolution 1918-19 teilnahm, obwohl er eher skeptisch war, was die Erfolgsaussichten dieser Revolution anbelangt. Er hatte ja auch biografisch ganz andere Pläne im Herbst 1918. Er wollte mit seinen Töchtern nach Düsseldorf gehen, um als hauptamtlicher Dramaturg am Düsseldorfer Schauspielhaus zu wirken. Nun kam die Revolution im November 1918 und sein Freund Kurt Eisner, der erste sozialistische Ministerpräsident des Freistaats Bayern, rief ihn nach München, um an der, wie er eben schrieb, an der Umbildung der Seelen teilzuhaben. Und Landauer konnte sich nicht entziehen. Trotz seiner Skepsis sagte er sich, das ist eine Chance, um die Gesellschaft zu verändern. Da kann ich mich nicht entziehen und ist dann nach München gegangen und hat von dort aus bis zu seiner Ermordung Anfang Mai 1919 für eine Veränderung der Gesellschaft gewirkt. Er musste ja nicht sich inhaltlich neu aufstellen. Er wusste, was er zu tun hatte, weil er seine Pläne, wie man eine Gesellschaft neu gestalten kann, ohne eine Utopie zu entwickeln, Utopien, also gesamtgesellschaftliche Konzeption, Konzeption lehnte er ab, weil er darin immer die Gefahr totalitärer Momente gesehen hat. Aber er hat konkrete Wege aufgezeigt, wie eine Gesellschaft, eine Gesellschaft freier und gleicher Menschen entstehen könnte, was notwendig ist dafür. Und das hat er versucht, in München in den wenigen Wochen und Monaten auch umzusetzen. Und dafür hat er auch in den zahlreichen Rätekörperschaften, im Münchner Arbeiterrat, im Zentralarbeiterrat und so weiter gewirkt.